Willkommen! Jive von Tommy M. Eine Eckgarnitur in Pure New Book Blue. Eine Mustergarnitur, die das Werk nicht verlassen hat. Jive ist ein Schwestermodell von Marriott. Einziger Unterschied, das Sitzkissen geht durch und ist nicht geschnitten. Sie können bei dieser Garnitur alle Rückenkissen wegnehmen und auch das Sitzkissen ist per Klettverschluss dran gemacht. Zum Leder ist natürlich das feinste Nubuk-Leder, das Sie sich vorstellen können. Und das Neue daran, es ist naturbelassen. Also man hat nicht versucht, Fehler in der Haut zu kaschieren, wobei es ausgesucht schöne Häute sind, muss ich sagen, mit wenig Fehlern. Man sieht aber schon auch Heckenrisse und Mückenstiche in der Haut. Also ein naturbelassenes Leder in Nubuk-Charakter für Leute, die vielleicht auch nicht so stark Leder mögen, weil es oftmals kalt ist. Das Leder ist warm, das Leder ist hautsympathisch. Nun gut, Sie sollten nicht jedes Jahr einen Kindergeburtstag drauf feiern lassen von Fünfjährigen, weil die passen vielleicht für diese Art von Leder zu wenig auf. Aber wenn Sie was Feines, was Dezentes haben wollen, in einer modischen Farbe, mit viel Platz und hohem Lümmelkomfort, dann, ja dann ist Jive Ihre Garnitur. Die Maße wollte ich Ihnen noch sagen, Sie brauchen links 282, hier und rechts 242, also durchaus kompakte Gruppe, mit viel Platz für zwei, drei, vier, fünf Leute. Und jetzt empfehle ich Ihnen, schauen Sie auf die Details, schnappen Sie zu, wenn Jive Ihr Liebling ist. Ich habe Sie genau einmal in dieser Ausführung. Dankeschön und Tschüss.